Da gehe ich auf eins. Mir ist Work-Life-Balance wichtig für alle Österreicherinnen und Österreicher. Ich habe vorher gesagt, ich will, dass Männer und Frauen auch sich den Familien widmen können. Was gibt es Schöneres, als nach Haus zu kommen und Zeit für die Kinder zu haben? Und mit einem Zwölfstunden-Tag, das kann jeder mit freiem Auge erkennen, wird das immer schwerer, ganz abgesehen davon, dass dann die Frage ist, ob es die Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, die dann auch diese langen Öffnungszeiten haben. Aber ich glaube, dass nach Hause kommen, Freizeit zu haben, Zeit mit Freunden zu verbringen, Zeit mit der Familie zu bringen, Lebensqualität ausmachen und die will ich nicht opfern.